Gaelian, Direktor aus Facken Gaelian So Freunde, was geht? Euer Kater ist mal wieder am Stiessele Und ja meine Freunde, heute eine weitere Tür, die geöffnet wird und zwar ist das die Tür Nummer 6 Und heute habe ich mir einfach überlegt, oder ich um Karo, dass sie uns heute da hinter der Kamera Pornotiv vorlesen wird Und ich habe währenddessen Wasser im Mund Das heißt, wenn ich dann lache, natürlich Freunde, ihr wisst Bescheid, gibt es natürlich hier einen riesen Fitz Und dann wird so eine kleine Strafe überlegt Und zwar jedes Mal, wenn ich halt lachen sollte und das Wasser irgendwie rauskommt oder so Da blende ich dann auch einen Counter ein Kann Karo mich später denn bei, keine Ahnung, 3 Grad draußen dies sind Es wird arschkalt, Freunde, ich werde dann hier in Unterhose rausgehen Und dann gibt es den hier, Freunde, Easter Wasserbomben AF, Freunde, ihr seht schon, arschkaltes Wasser Die werden dann auch nicht geworfen und die sind auch noch klein und die ballern richtig hart So, bist du bereit? Oh, Schwanzer Oh, Schwanzer Beffi, die Dildojägerin Cock-Duell Der Name der Hose Der Mönch mit der Peitsche Deutschland sucht einen super Ficker Die Prinzessin auf der Eiche Die Stoß Oh, da kam ein Tropfen Mhm Ja, Freunde, da hab ich schon den ersten verkackt Könnt ihr schon wieder richtig in die Hosen scheißen So, also einmal Schon mal eine Wasserbombe hier Die Stoßburg Ein Chef zum Ficken Ein Fack kommt selten allein Eiskalte Stänge Fickhof der Muschitiere Ficken Nemo Fist Club Der war richtig gut Der war echt gut Der war echt gut Fist Club Fist Club Fist Club Fist Club Fist Club Pfff Scheiße Fuck me if you can Fuckzilla Gaelian Gaelian Direkt aus Facken Gaelian 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 Alter Gaelian 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 Digga Muss los, denk ich mir da auch nur Das war's nochmal wieder Cosfit Also, ist fertig Heiße Länder Dauerständer House of Wigs Harry Popper und der Gefangene von Arsch-Pakan Fickbot Ich war hin und brauchte das Geld Jane Blond Moonshaver Jurassic Porn König der Mösen König der Mösen Kung Fu Fisting Oral, Oral, Oral Petri Geil Angelurlaub im Analsee Porn of the Dead Rex Bildo Magma Die Sperma-Statuen Mighty Fuchs Axel Fick und Obelwix Bambi im Land der geilen Böcke Bananen Fick und Mosabik Battlefield Ass Beischlafes Bruder Flucht von Analtras Fummelndem Sturm Gaywatch Die Riesenschwänze von Malibu Einem Loch vor unserer Zeit Im Land der Raketensperma Im Wald wird hart geknallt Im Gelöst einer Tausend Süden Independence Game Was für Süden Sünden Im Haus der Sünden Im Haus der Tausend Süden Spiel mir am Glied mit Kot Kavierschlamm fressen Kavierschlamm fressen Im Nudistencamp Riech an meinem Kot Analmetzger steckt mir die Wurst in den Arsch Oh Mann Analmetzger oder? Ich steck mir die Wurst in den Arsch Digga muss los So Freunde das war's erstmal mit diesem Part Freunde krass gewesen Fünfmal hab ich gelacht Und Oder es kam halt äh Irgendwie Wasser draus Eigentlich ja auch sechsmal Aber ich geh mir selber mal Einen kleinen Plus Punkt ihr ist bescheid Und wir gehen jetzt raus Freunde Und denn hier wird Karo Fünf Wasser Wurst mal auf mich schmeißen Und ich denk mir einfach nur jetzt schon Bruder muss los So Freunde wie sind's hier draußen alter Ey es ist arschkalt Digga Ich muss schon wieder los Meiner Meinung nach Irgendwie ist arschkalt Fünf Stück Freunde Ich hab überhaupt gar keinen Bock drauf weiter Bist du bereit? Ja komm aber übertreib mich Nächste Arschkalt Juhuuu Musst stärker werfen Ja voll daneben Erwähnt Müsste ich zu mir stellen So treff ich dich nicht richtig Du musst dir das mal ausreichen Was ist mit dir? So ein Schrott Juhuuu Kannst ja gar nichts Schön sein Du kannst ja gar nichts Ich hab fast keine mehr Alter Es geht halt echt nicht Boah Der herrscht ist einfach Boah Alter Ich hab dich mal bisschen mehr in die Mitte Tschüss Wie waren wir überhaupt noch? Das war alles wir schon mal brauchen Boah Los Hauu Hauuu Hauu 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 Juuu Waaa Hauu Das ist arschkalt Kannst du noch den einen Weil du Scheiße Letzte! Scheiße! So, jetzt bist du aber ready, oder? Hier ist ein kleines Putzle! Also Freunde, das war's mit diesem Video, mir ist arschkalt, Freunde. Es war echt ne geile Challenge, eigentlich lasst gerne ein Like da, Freunde. 300 Likes wären eigentlich drin, weil ich das Bescheid mir ist. Ich sag nur Mikropenis. Auf jeden Fall geh ich jetzt direkt rein, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video, euer Kater. Geile Videos sind da am Start, oder? Kater-Zenba, YouTube-Scheid. Ciao!